Was siehst du zuerst auf diesem Bild? Verschiedene wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass wenn du als erstes die Lippen siehst, du eine sehr sensible Person ist, die sich sehr um andere kümmert. Wenn du die Bäume als erstes gesehen hast, bedeutet das, dass du eine sehr starke Person bist, die viel Verantwortung überlegt. Wenn du, und das sind die wenigsten, die Wurzeln zuerst gesehen hast, bedeutet das, dass du eine sehr analytische Person bist, die alles ganz genau betrachtet. Und welcher warst du? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!